Willkommen zurück zu meinem Let's Play Imperialism. Das letzte Mal habe ich leider einen etwas kleineren Blödsinn gemacht, gegen Ende. Nachdem wir aufgehört haben, haben wir ja einen Antrag auf... Wir wollten eine Allianz mit Haxaco, weil Haxaco mag uns immerhin. Laut dem, was wir hier sehen, mag uns Haxaco. Es gibt so andere Länder, die sie auch mögen, aber Haxaco mögen sie besonders gern. Haxaco mag uns recht gern. Deswegen habe ich mir gedacht, ich könnte Haxaco dazu bringen, dass sie mich in die Allianz nehmen. Und wenn sie das getan hätten, dann hätten wir im Krieg gegen Sim teilnehmen können. Aber irgendwie funktioniert das nicht so ganz, wie ich das gerne gehabt hätte. Auch die anderen Kriegspartner wollten mich nicht, weil... Und hier kommt der Blödsinn, den ich gemacht habe. Ich habe dann nämlich versucht, bei Cam, bei Ordun und bei Patagon auch nachzufragen, ob sie mich als Allianzpartner haben wollen. Weil Sim wurde dann in der folgenden Runde nämlich von Patagon und Ordun auch angegriffen. Was ganz toll ist. Von Patagon oder Ordun. Ich weiß nicht, einer von den beiden und der andere ist halt mitgegangen. Tja, auf jeden Fall habe ich jetzt das Problem, dass ich Sim gerne im Krieg, dass ich gerne im Krieg mit Sim wäre, vor allem um diese zwei Provinzen da im Osten zu erobern. Aber ich will auch nicht ohne die anderen in den... Also ich will eine Allianz trotzdem haben und zwar deswegen nicht, weil ich jetzt unbedingt die anderen zum Kämpfen brauche oder will. Nein, es geht mir vielmehr darum, dass wenn ich die jetzt angreife und mich die ganzen Leute wiederum nicht mögen, und mich dann wieder irgendwelche Leute weniger mögen, dann kann es doch sein, und ich fürchte fast, dass das dem so ist, dass sie dann nicht als Nächsten angreifen und das will ich echt nicht. Echt will ich das nicht. Aber Sim anzugreifen würde schon Sinn machen, weil der Stoff, der mir am meisten fehlt oder am ehesten fehlt, ist derzeit Eisen. Also Eisen ist definitiv das, was mir am meisten fehlt. Davon habe ich vier. Und diese vier Eisen transportiere ich auch schon in die Hauptstadt, aber mehr als diese vier kann ich nicht transportieren. Und deswegen muss ich von irgendwo anders her Eisen kriegen. Jetzt habe ich schon mit Hurschen und mit Kessel ein Bündnis, bin ich eingegangen. Aber das Problem ist, sowohl Hurschen als auch Kessel haben eigentlich relativ wenig Berge. Und ich habe einfach nicht den Glauben und die Hoffnung, dass ich dort auch wirklich Eisen drinnen finde. Es wäre zwar schön, wenn wir Eisen dort finden würden, aber ich bin mir nicht so ganz sicher, wie das klappen sollte. Wer weiß, vielleicht geht es ja doch. In Kessel ist es auf jeden Fall, also es ist noch einmal um einiges schlimmer. Da habe ich ganze drei Hügel und einen Berg. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ich dort Eisen finde, ist noch einmal geringer, sobald ich die mal in irgendeiner Weise bei mir habe. Gut. Und jetzt habe ich eben, um das zu machen, relativ schnell auf Weiter geklickt und habe dadurch vergessen, natürlich meine Einstellungen zu machen. Also ich habe keine Einstellungen gemacht, habe aber vergessen, vorher abzuspeichern. Ich wollte einfach nur schauen, ob die mir ein Bündnis nehmen oder nicht. Jetzt sind wir da, sie haben kein Bündnis mit mir und ich bin genauso blöd wie vorher und weiß jetzt nicht genau, was ich tun soll. Jetzt haben wir da 24, 25, 954. 954 brauchen wir in der Hauptstadt. Das heißt, das passt da schon. So, wir produzieren zwei Papier und zehn Holz zur Zeit. Wir könnten rein theoretisch noch um einiges mehr produzieren. Bei den Schafen, da produzieren wir derzeit sechs. Wir könnten da auch mehr produzieren, aber wir haben, wie ihr seht, kriegen wir schon, oh, wir kriegen sogar schon drei. Es dürfte noch irgendein Gebiet dazugekommen sein. Es wäre schön, wenn irgendein Gebiet dazukommt, das Stahl produziert. Das wäre toll. Boah, das wäre wirklich spitze. Ja, aber da wir zwei Stoffe bereits in die Hauptstadt bringen, brauche ich nicht so viele Stoffe selber herstellen und kann hier diese vier, für diese vier brauche ich ja acht Stoffe. Das heißt, die zwei, die ich hier transportiere und die drei, die ich hier produziere, reichen voll auf. Das heißt, ich werde die Arbeitskräfte lieber für etwas anderes Sinnvolles einsetzen. Zum Beispiel... Mehr Stahl, den ich nicht bauen kann. Ja, mein ganzer Stahl geht gerade dafür drauf. Das ist sehr ärgerlich. Brauchen wir derzeit Waffen? Wir haben sieben Waffen. Wir könnten die Waffenproduktion mal eine Runde ruhen lassen und stattdessen da volle Wäsche Red Yards produzieren. Ich will mehr transportieren können und noch ein paar Konserven. Zu guter Letzt. Beziehungsweise nein, die Konserven machen wir nicht. Wir bilden noch einen Meister aus. Wir brauchen mehr Arbeitskraft. Und Geld ist derzeit eigentlich gar nicht so unser Problem. Wir haben eine wirklich brummende Wirtschaft und wir verkaufen. Das Problem ist, wir haben zu wenig Eisen, als dass wir noch besser brummen würden. Aber durch das, dass wir recht gut verkaufen, durch das, dass wir recht gut verkaufen, haben wir da einen relativ großen Gewinn. Ich zahle auch jetzt 1000 Dollar im Monat oder im Quartal eigentlich an Hurschen und dadurch soll gewährleistet werden, dass Hurschen uns mehr mag und vielleicht Teil unseres großartigen Imperiums wird. Erst wenn sie Teil unseres Imperiums sind, können wir dort irgendwie Prospektoren hinschicken und uns das Ganze anschauen. Na gut, ja, das zu meinen Fabriksleistungen. Verkaufen. Ja, wir wollen natürlich das Zeug da verkaufen. Ah, davon verkaufen wir vielleicht nur eines. Echt, vielleicht gar keines. Und dafür da. Und dafür da ein bisschen mehr. Weil der Preis für dies ist ja relativ gering. Und wir wollen vor allem einmal Eisen. Und Holz sollten wir auch noch zulegen uns. Weil derzeit haben wir zu wenig Transport, um das ganze Holz zu kaufen. Oder Stahl. Na gut. Ja, das haben wir eh schon gemacht. Vielleicht sollten wir wirklich sieben einfach den Krieg erklären und aus. Das ist eine riskante Strategie, aber was soll's. Wenn wir denen den Krieg erklären, sind möglicherweise die anderen Kriegsgegner von innen glücklicher mit uns. Da sie schon mit jedem Krieg führen. Ah, ja, was soll's haben wir jetzt eh schon gemacht. Und nächste Runde. Boah, sechs Clothing verkauft an Hurschen. Ich liebe Hurschen. Leider hat uns kein Mensch irgendetwas angeboten. Boah, das ist so gemein, alle zu Hurschen. Die setzen alle Hurschen an letzte Stelle. Und Brühe an Erste. Warum hat keiner Eisen? Zumindest keiner für mich. Na gut, Pond sowieso nicht. Weil das sind... Wieso beten die trotzdem Zweien an? Ist ja klar. Brühe, Kartei und Pram. Auf die, die ich nicht gesetzt hab am Anfang. So. Können wir klapptun. So, wir haben hier jetzt auch wieder einen Bahnhof gebaut. Sehr gut. Das heißt, wir haben diese Gebiete auch angeschlossen. Ich überlege gerade, wo man noch einen Bahnhof baut. Und da brauchen wir noch einen, haben wir gesagt. Und da oben... Genau, da wollen wir den nächsten Bahnhof. Hm. Du baust noch hier einen her dann. So, nachdem wir da den nächsten Bahnhof bauen, bauen wir da das Holzfägerlager aus. Und da bauen wir das aus. Und du baust die Schafe weiter aus. Ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Also zumindest, was das Zeug betrifft, sind wir echt gut. Wir könnten, meiner Meinung nach, könnten wir sogar die Textilmühle noch einmal ausbauen. Also noch mehr Kleidung bauen. So. 28. Dann können wir 14 Bretter erzeugen. Machen wir 28. Gehen wir da auch noch um 1 rauf. Und bauen wir vielleicht wirklich das da aus. Was kostet das? 2,4. Hm. Derzeit haben wir... 2. Gut. Ein Ding spawnen wir da noch weiter. Außerdem werden wir noch einen ausbilden. Und wir werden 2 neue Typen hierher holen. So, dann machen wir 10, 5, 5. 10, 5, 5. Das heißt, wir müssen da auch rauf gehen. 10, 5, 5. Gut. Essen haben wir wieder genug. Mhm. Na. Nein, wir brauchen... Wir müssen Stahl ein bisschen ansparen. Vielleicht sollte man da überhaupt auch die Produktion von dem Werkzeug heruntergehen. Dann haben wir... Produzieren wir 4 Stahl. Und wir können nächste Runde... Wir können nächste Runde dann das ausbauen. Dann haben wir zu wenig Holz noch. Können wir das auch gleich machen. Dann haben wir mehr auf Vorrat davon. Und den Rest stecken wir in Essen. In Konserven. Wir könnten natürlich auch... Wir könnten natürlich auch dann irgendwann mal wieder unser Heer ein bisschen aufrüsten. So, wir werden aber nicht 6, sondern nur wieder 4 verkaufen. Davon 3. Mal schauen, ob das jemand kauft. Na gut. Jetzt haben wir Krieg mit Sim. Das heißt aber... Wir sollten unsere Truppen... Und davon haben wir ja jetzt einige. Wir haben einen General gekriegt. Ich weiß nicht genau, was der macht. Aber wir werden das ausprobieren. Wir müssen unsere Truppen irgendwie dort rüber kriegen. Ich überlege gerade, ob man die einfach da so rüberschippern kann. Nach Putney. Ich habe keine Ahnung eigentlich, wie man diese Leute transportiert. Muss man die auf irgendwelche Schiffe geben? Kann man die da drauf geben? Ich bin nicht sicher. Ich glaube, es ist ein Walshub von unknown type. Okay. Gut. Also euch bringen wir mal da her. Und euch? Wie bringe ich euch zu See? Hm. Ich habe keine Ahnung. Verdammt. Ich erkläre den Krieg und weiß nicht, was ich tun muss, damit ich sie da drüber kriege. Das ist natürlich besonders klug. Tipps. Ist das Tipps? Wie bringe ich meine Forces da rüber? Trade and Diplomacy. Ob den... Das hätte ich mir vielleicht vorher anschauen sollen. Vulnerable Coastline. Hm. Ah. Defend your coastline. An enemy fleet of a coastal province allows landings by enemy... Ah, okay. Gut. Das heißt, wir müssen offensichtlich zuerst unsere Flotte... Canceln wir das? Unsere Flotte da drüber bringen. Und zwar... Oh. Das geht nicht so schnell offensichtlich. Dann bringen wir es mal da her. Gibt es da... Na, das ist gar nicht ein Dings dazwischen. Schade eigentlich. Hm. Heißt das, wir müssen unsere Flotte dann aufteilen? Werden wir dann schon sehen. Auf jeden Fall, ich würde gern Putney erobern. Hm. So. Transportieren wir mal die meisten da nach Ansa. Und teillassen wir zurück in Odustan. Sim has come groveling for an end to their war. With our great empire, will you accept their offered peace treaty? Hm. Warte mal. Hey, Odun, Haksako und Patako und Kem mögen mich jetzt mehr. Ist ja lustig. Ist ja lustig. Hm. Tja, wenn ich das accepte, dann ist der Krieg sofort wieder zu Ende. Ich frage mich gerade, ob die dann trotzdem glücklich mit mir sind. Hm. Ich würde ganz gern diese Gebiete da tatsächlich erobern. Weil mit etwas Glück finde ich dort Eisen. An und für sich sollte es hier Eisen geben irgendwo. Das sind ehemalige Simbelgebiete. Ich habe so viel Mitleid immer mit dem Computer. Na gut, nein, wir recheckten natürlich. Oh, Haksako ist schon da. Gut, dass ich da komme. Zwei Regulars, zwei Artillerie. Four Minutemen. Einer killed. Hm. Okay. Und wir haben drei Hardwares verkauft. Und 1.604. Wow. Wir sind so reich. Und du, short on Horses. Gut. New invention. Iron and steel plows. Grain and produce production is expected to rise sharply. If the Department of Agriculture trains its farming experts in the use of the modern plow. Wir haben also neue Pflüge entdeckt. Mhm. Das dürfte eine neue Forschung sein. The last farmers to improve grain farms and all cuts to level 2. Na bitte. Hoffen wir klar, weil wir haben zur Zeit Geld. Hm. Okay. Okay. Ich mache das aber nervös, wenn da die ganzen Schippernageln rumfahren. So, die zwei fahren, wenn geht da her. Und die zwei fahren da her. Du baust mir hier noch ein Depot. Oh. Da könnte man ihn gleich am Hafen bauen. Da würde man nämlich auch Fische kriegen. Aber brauche ich das? Ich brauche dieses Gebiet ja überhaupt nicht. Ich habe Essen mehr als genug. Ich weiß nicht genau, was ich mit dem ganzen Essen machen soll, was ich derzeit habe. Ich kann das ja noch nicht einmal heimtransportieren. Da würde es sich vielleicht anbieten, weil da kriegen wir Pferde. Aber da haben wir eh schon ein Pferdegebiet. Und ich meine, ich weiß nicht genau, wie viele Pferde man brauchen kann. Hm. Könnten da dann noch herbauen. Äh. Da könnten wir noch herbauen. Vielleicht kommt da noch mal Öl. Das wäre schön. Gibt es noch irgendwelche Gebiete, die ich anschließen sollte? Rein theoretisch. Da könnte ich dann noch irgendwo mal herbauen. Es zahlt sich alles irgendwie fast nicht aus derzeit, weil ich so wenig Transportkapazität habe. Na, okay. Wir werden dann vielleicht hierher gehen und darunter fahren. So. Und ihr geht es auch mal da her. Und ihr... Oh, okay. Könnt es noch nicht darüber, weil wir haben noch keine Schiffe da davor. Das heißt, ihr bleibt es mal stehen. Gut. Wir haben wieder ein bisschen Kapazität gekriegt zum Transportieren. Dann werden wir da zwei dazugeben, weil ab nächster Runde werden wir ja mehr, äh... mehr Kleidung produzieren. Oder wollen wir mehr Kleidung produzieren? Ich frage mich gerade, was passiert, wenn die ganzen Kleinen weg sind. Wer kauft dann meine Kleidung? Das ist wieder eine ziemliche Katastrophe. Ich werde dann arm wie eine Kirchenmaus. Vielleicht ist das gar nicht so gut, die Kleinen zu... einzubauen. Und wieder eins. So. Nächste Runde können wir da mehr... So, dann produzieren wir mehr Holz. Nein. Wir machen neue Schiffe. Das klingt doch supi. Davon können wir gleich zwei bauen, eigentlich. Gut, dann machen wir zwei neue Typen. Tja, irgendwie habe ich das Problem, dass ich jetzt mehr Leute habe, als ich... als ich beschäftigen kann. Das ist ein neues Problem. Das war jetzt nicht irgendwie gegeben, die letzte Zeit. Hm. Wir brauchen mehr von den Transportmöglichkeiten. Gut. Na ja, dann... Machen wir wieder sechs. Und dann machen wir zwei. Wir wollen Holz, wir wollen Eisen kaufen. Und eigentlich wollen wir auch Stahl kaufen. Schauen wir mal, wer uns Stahl anbietet. Ob uns wer Stahl anbietet. Gut. Dann schauen wir unsere Beziehungen zu allen anderen an. Ah ja, jetzt mag uns Punt wieder, ist eh klar. Jetzt, wo es zu spät ist, muss nicht immer mehr mit uns handeln. Die Kröten. Hm. Sindel mag uns jetzt auch. Echt interessant. Schaut das mit denen aus. Die mögen Sindel und Deitsch. Die mögen Brühe. Gern mag Punt und Pram. Nein. Was tun mag uns und Papa? Ah, denen bist noch relativ alleine, was das betrifft. Vielleicht sind die dann die Nächsten, die eins auf den Deckel kriegen. Na, schauen wir mal. Huschen, mein Freund. Wieso magst du mich noch nicht mehr als dieses seltsame Braungrau? Hm. Na ja. Egal. Wir haben zwei Pakte mit Kessel und mit Ding. Vielleicht sollten wir Wodan auch versuchen noch. Wodan hat zwar mit Deneb einen Freund. Aber so richtig sind die auch noch nicht. Ah, die haben sogar eine Botschaft schon mit Deneb. Hm. Also nach Wodan reinzukommen, wird eher schwierig. Aber versuchen sollten wir es, weil mit Manx, das können wir vergessen. Manx hasst uns. Obwohl wir sind die einzigen, die mit Manx irgendwie versuchen, Handel zu treiben. Wieso hassen sie uns trotzdem noch? Vielleicht sollten wir mit Manx einfach bessere Konditionen bieten. Oder vielleicht sollten wir sie einfach erobern. Na gut. Ende. Wodan bietet uns Stahl an für 480. Puh. So, mal schauen, Patagon hat auch Stahl gekauft, das Accepton wird auch glatt, ist zwar relativ teuer, aber wir machen noch immer einen super Gewinn, Stilplaus haben wir und zwei Raider haben wir auch, mal schauen, dann Horses, Prusa, Pits, Patagon, nicht gut, so, ihr braucht es noch da runter, da unten, nö, das wollte ich nicht, so, Freunde, wo können wir hin, wir würden ganz gerne hierher, wieso können wir hier nicht her, wir haben da ein Schippernakel, und ihr, warte mal, wir machen cancel, und, was macht ihr, ihr macht, was kann das, Show Fleet, Detail, Next Unit, No Orders, Defend, Behave Aggressively, Cautiously, Defend, und Defend, Vielleicht geht es dann nächste Runde, wenn wir mal eine Runde drinnen waren, so, na dann, Bewegst du dich mal da her, gut, wir brauchen, da produzieren wir eins mehr, wir brauchen 16 Stoffe, derzeit produzieren wir sieben, plus drei sind zehn, na, okay, das heißt, wir haben derzeit eine ziemliche Überproduktion an Kleidung, das wird es nicht ewig spielen, wir brauchen mehr Wolle, können wir mehr Wolle transportieren, ja, wir können zumindest noch drei Wolle transportieren, dazu brauchen wir aber, haha, die drei Stahl, die wir gekauft haben, achso, das geht jetzt gar nicht, weil wir unsere Arbeitskräfte aufgebracht haben, gut, wir brauchen da, achso, hahaha, 10.55 haben wir, na gut, wir verkaufen, 6 und 2, das passt schon, und wir kaufen noch immer dieses Zeug, nee, wir kaufen jetzt wieder Wolle, erstens, ist es so billig, und zweitens, meine zwei Verbündeten haben das Zeug, wir haben ein Konsulat in Vodan, das akzeptieren wir natürlich, in Detch haben wir keines, das akzeptieren wir trotzdem, sicher ist sicher, hey, Kessel bietet auch wieder was an, das ist ja klar, ganz typisch, ach Gott, Mist, jetzt sind die da drinnen, wie kommen die da, dazu, und zwar, das ist so, äquilhaft, also, wir machen uns, der Excellency, I am pleased to report, that thanks to our foreign policies, our country, has produced a developer unit, for overseas exploitation, das klingt, a good see, terrain, map briefing number 5, for guidance on using the developer, oh, okay, gut, exacotex partner, das hätte ich ganz gern gehabt, ach, geh so in Schaas, das darf ich jetzt sagen, oder, darf ich das sagen, ich glaube, ich werde denen Frieden anbieten, ich schaffe das irgendwie nicht, overseas, ich muss mir das in der Pause dann anschauen, wie das funktioniert, ärgerlich, wie bringt man Truppen über das Wasser, was braucht man dafür, krrrr, krrrr, na gut, Engineer, schauen wir mal, äh, wo ist denn der Engineer, da, ja, was soll's, brauchen wir ein Depot, oder einen Hafen, hm, naja, brauchen wir gleich einen Hafen, vielleicht drauf, so, du kannst, sowas ausbauen jetzt, das bringt zwar nix, weil wir eigentlich, alles, mehr oder weniger, eine riesen Stückzahl haben, aber was soll's, so, Developer, das heißt, du kannst, warte mal, Hilfe, kann ich da Hilfe zu dir anklicken, was kann der Developer, der Developer purchases land in minor nations for exploitation, hm, warte mal, kann ich, kann ich dich da rüber schicken eigentlich, nach Kessel, Ja, kann ich, ist das cool, das hätte ich vorher wissen müssen, wenn ich das gewusst hätte, so, Hurschen City, wollen wir das da kaufen, da könnten wir tatsächlich, das ist ein wunderschönes Gebiet, wenn wir das alles kaufen, da haben wir einen Haufen tolle Sachen, Baumwolle, Baumwolle, und noch mehr Baumwolle, und, wenn unser Developer was findet, in den Bergen, kaufen wir uns die Berge, Ja, Excellency, the governor of Hurschen City, will sell us this land for 1500 Dollar, which will entitle us to develop it, do you agree? Klar, wer braucht schon Geld, Tja, warte mal, okay, die können, irgendwie, nicht, so, wie ich gerne hätte, sehr ärgerlich, sehr ärgerlich, sehr ärgerlich, das heißt, wo bleibst du mal da, aber, das heißt, auch du, ach so, gehst in der Zwischenzeit mal da her, und du bleibst einfach da, oder, nö, ich komme da rauf, so, wir können wieder mehr Zeug transportieren, 16, und, wir sollten mehr Grain transportieren, so, mit 16 heißt das, wir können voll produzieren hier, das heißt, das heißt, mehr, mehr, brauchen wir da gar nicht kaufen, wie kostet das, wow, 2, 4, 6, 8, bereits, hm, machen wir das einmal, und, wir werden wieder versuchen, wir werden wieder versuchen, Stahl zu kaufen, das ist zwar ziemlich teuer, aber, aber es wird uns helfen, unserer Wirtschaft zumindest, so, Herrschaften an dieser Stelle, mache ich für heute Schluss, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, und wir sehen uns nächste Woche wieder, ach so, nein, ich werde jetzt ziemlich, glaube ich, einen Frieden anbieten, weil ich nicht weiß, wie ich das machen soll, nein, das werde ich jetzt noch nicht tun, ich werde mir zuerst anschauen, wie wir die Truppen übers Wasser kriegen, und dann, werde ich das vielleicht machen, aber, bis dahin, ähm, bis zum nächsten Mal, tschüss euch, schnaft's gut, und träumt's was schönes, bis dann.